Als Angela Merkel den Vorsitz dieser Partei übernahm, hatten wir noch die D-Mark, sagte Volker Bouffier, hessischer Ministerpräsident und stellvertretender Parteichef auf dem CDU-Parteitag zum Abschied von der Parteichefin Merkel. 2000, die Zwillingstürme in New York stehen noch, Michael Schumacher rast im Ferrari zum Weltmeistertitel, nicht gegeben habe es dagegen Smartphones, WhatsApp oder Instagram, so Bouffier, und jeder sechste Einwohner Deutschlands kennt nichts anderes als sie. Und jetzt ist es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Heute, in dieser Stunde, in diesem Moment bin ich von einem einzigen, alles überragenden Gefühl erfüllt, von dem Gefühl der Dankbarkeit. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank. Applaus, 9 Minuten 24 Sekunden hat einer gestoppt. So, klappt. Sehen wir jetzt was. Dann habe ich schlechte Erfahrungen. Ja. Übrigens, als die Kings Thank You For The Days aufnahmen, war Angela Kasner knapp 14 und ging in Templin in der Uckermark in die Schule. Noch zwei lange Jahrzehnte bis zum Fall der Mauer. Applaus, 10 Minuten. Applaus, 10 Minuten.